Hallihallo meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen endlich zu einem neuen Part von Freitag, der 13. Vorab möchte ich wie immer ein paar Ankündigungen machen, da ja der letzte Part schon einige Tage her ist. Ich glaube 5-6 Tage auf jeden Fall. Und zwar, liebe Emi, ich weiß genau, du wirst mein Video schauen. Und ja, das Problem ist, deine Fanfiction ist wirklich nicht mehr da. Also Daniel und ich haben jetzt nochmal unter dem Part geschaut und wir können sie nicht sehen. Und ich habe gar nicht so viele Kommentare unter dem Part gehabt. Also bitte schreib sie mir nochmal per Instagram oder auch gerne auf Live.me, falls die Zeilen reichen sollten. Ja, dann muss ich die am Mittwoch eben vorlesen oder am Donnerstag, je nachdem wann wir aufnehmen. Weil im Moment alles ein bisschen hektisch leider ist. Da Daniel und ich uns sehr auf Live.me auch derzeit konzentrieren. Und was für euch auch bedeutet, folgt auf jeden Fall unserer Gang. Und zwar auf jeden Fall der lieben Becky, der lieben Soffal, Haynes, Dani, Mr. Sherry, Pablo, I'm a Monkey Baby. Alles richtig, richtig coole Menschen, mit denen man auf jeden Fall Spaß haben kann. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Fragen an uns habt oder Adidas Chantal öfter sehen möchtet. Oder Gaming. Dani hat jetzt auch angefangen Gaming zu streamen. Pata ist auch am Überlegen jetzt. Und Monkey macht immer Spiel und Spaß. Und Becky macht immer viel Spaß und Real Talk. Und all solche Sachen findet ihr da. Oder der gute Pablo kann wunderbar zeichnen. Hat uns auch unser Thumbnail gemalt. Mit Haynes hat man sowieso auch immer Spaß, weil der Junge einfach nur crazy ist. Mr. Sherry und Bruno Basper, die Leute, die unterstützen uns immer, sind mit in den Streams. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich sehr. Und ich würde sagen, wir starten in die allererste Runde von Friday the 13. Und mit dabei, ganz kurz noch, by the way, habe ich den essenden und liebenden Mitspieler Dani Boy. Ich bin gerade nicht am Essen, weil ich Angst habe, dass du mich hörst. Hi. Oh. Oh, jetzt esse ich wieder. Ich muss gerade mal kurz zurückschreiben. So. Hm. Ich habe gerade Angst bekommen, als ich Pinehurst gelesen habe. Oh mein Gott. Pinehurst? Ein Ding. Mein Beileid. Oh ja. Oh ja, mein Beileid. Und schaut euch auch auf jeden Fall den Part von Kati an, der jetzt bald kommen müsste. Da war ich nämlich auch wieder mit am Start, mit dem guten Pataratatatui und Bora und Brian. Und ja, Kati hat gesagt, dass sie erst Zwillinge bekommt, dann waren wir schon bei Drillingen, dann bei Vierlingen und Jason sie nicht töten darf. Also seid gespannt und schaut auf jeden Fall vorbei. Bye, John und Kati. Ja. Ich stelle mich jetzt aber mal kurz offline, weil mir die Nachrichten gerade ein bisschen zu viel werden. Ja. Und heute Abend findet ihr mich auch wieder auf Live.me und zwar zwischen 9 und 10 Uhr. Also immer schön am Start sein und eventuell streamt Dani noch Dead by Daylight. Ich wollte gerade schon Friday sagen, aber nein, es ist Dead by Daylight heute. Mhm. Aber mal gucken, wenn Pata live geht, dann lasse ich. Und dann will ich ihn unterstützen. Mhm. Also schaut bei Pata oder Dani rein, je nachdem wer von beiden dann hier der Chef des Tages ist. Mhm. Ich hoffe, du bist später bei mir auch, Dani Boy, mein Admin. Ja, aber oh, ich habe nur noch 50 Prozent. Ja, halt nicht allzu lang, weil ich habe gestern schon gemerkt, ich wurde so müde, als ich mich in mein Bett gelegt habe. Die Kinder rauben mir den letzten Nerven. Ist im Moment echt so schlimm. Ja, weil... Ähm... Weil die so laut sind, die wollen raus, aber wir können... Hm. Ja. Das ist voll eklart. Wer wird Jason sein? Schalalala. Help me, baby, one more time. Ja. Ja. Grüße gehen an dich raus, kleine Beckylein, die uns damit angesteckt hat. So. Bertridge starte ich. Oh mein Gott, was ist passiert? Oh. Oh. Ah ja. Morgen kann ich zu einem Pro... Äh, zu einem Pro... Genau. Zu einem Million Prozent, äh, nicht live gehen oder sonst irgendwas, weil ich mich fragen, was will ich die Schule machen. Ich habe keine Lust mehr. Na, ich werde erst mal meine Wohnung machen. Dann, ne, muss ich noch was ausfüllen. Also, Dokumente mäßig was ausfüllen. Und dann, ähm, werde ich doch schon live gehen, denke ich, abends. Auf jeden Fall. Ich gehe ja im Moment echt sehr konstant live. Ja, ich... Ich gehe halt live, weil ich richtig Bock drauf habe. Und jetzt, wo ich Gaming streamen kann, mehr Spaß. Na klar. Es ist so... Ich muss morgen eine Ausarbeitung wieder schreiben. Und morgen ein Themenbericht. Und, ähm, ja, ich habe einfach... Ja. Aber, wenigstens muss ich mein Angebot die Woche nicht halten. Voll cool. Wenn meine Anleitung irgendwie gesagt hat, lösen fällst du jetzt mal nicht. Ich habe keinen Bock, dir mal zuzugucken. Ich habe auch keinen Bock, dir mal Angebote zu machen. Ja, irgendwann ist auch mal gut, ne? Ja. Oh, nee. Ich weiß ja schon, wie es geht. Was denn? Ein kleines Jason ist hinter mir her. Scheißen, Crack, wo bist du? Ich renne gerade zum Kampfhaus und... Um mich, ähm... Um mir meinen Popo zu sichern. Irgendwas drin. Irgendwas drin. Pata! Willkommen im Video. Voll geplant, ne? So voll... Ja. Ja. Na? Na? Bist du bei der nächsten Runde dabei? Ja. Okay. Hast du schon gegessen? Ja. So schnell. Oha, vor 6 Uhr. Was bist du? Äh, Flat Rock. So. Und ich habe defuse. Aber ein Building nicht. Scheißen Trecker, Wungo, steh rein, Mädel. Ah! Oh, gut. Der war bis gerade eben hinter mir her. Der ist aber auch noch in meiner Nähe. Ich habe einen Flerger. Du kannst dir ja denken, welchen Bank ich gerade genommen habe. Nee, gar nicht. I don't know. I don't know. Oh, ja. Ähm, Pata übrigens, ähm, wegen Death by Daylight, ich glaube, Bara fällt heute aus, weil sein Headset nicht mehr geht. Oh, okay. Hat kein Akku mehr im Headset, der Arme. Akku leer. Hm. Nisa. Hm. Dani hat Schluck auf. Ja, ich habe vergessen. Nisa. Da, Emi. Oh, cool. Da ist Salami Jason. Hi. Like that asshole. Hui, 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 hui. Okay. Ich habe mal kurz Jimmy, Jimmy, Schuss geholfen. Jimmy, 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 ich stolper doch nicht. Hi, Jimmy. Jimmy, 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 Jimmy. Boah. Alter, warte ab. Ich hole mir einen Baseballschläger, Junge. Warte ab. Los geht's. Scheiße auf die Flair. Boah. Gib mir den Baseballschläger zurück, kleine Arsonia. Nein, nein. Timi, 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 Timi. Tchalalalala. ja ich auch hat aber respekt er soll auch haben hier irgendwas mit der pussy ja ich glaube darauf gehen wir jetzt nicht näher dass ich noch die anderen haben es geschafft die police zu rufen wundervoll wir lassen es war ff ihr wohnsam mal m egal auch nur noch tschüss tschüss Frau Cox aber wir bekommen wir bekommen Unterstützung der anderen Geil, ich hab ne Axt Jason läuft weg, warum? Wo ist denn der? Na, der läuft zum Haupthaus Jason! Ich muss sagen, Dani's talking to you Cock is talking to you Cock is talking to you Oh, Patta ist gegangen Nein Ich hab keine Heilung, leider Ich hab nur eine Und der hat mich schon dreimal mit dem Messer getroffen Boah, ich dachte, der ist hinter dir her, ey Der ist ja auch Der ist ne Panik, ich sag Hi, Patta, willkommen zurück Hallo Weißt du, wie du mich geschaut hast, als ich gesehen hab, dass sie auf Snapchat endlich mal geübt Ich geh mal gucken, ob unten noch Heilung ist, ja Ist da eine gelieft? Lass euch kommen zu dir, die anderen können sterben, tschüss Okay, gut Also was heißt gut, aber Nimm mal das mittlere Haus Ich? Ja du, der ist noch nicht gelootet Hier unten die Häuser war noch keiner Boah, zwei Autos, Freddy Lieber Gott, bitte gib dir die Autoschlüssel Kann sein, dass wir die hier finden, weil die öfter hier unten liegen Mhm Was ist denn mit Walkie Talkie, Alter Mhm Los, Autoschlüssel Hopp, 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 hopp Nein Keine leeren Schubläden, Mann Messer Jawoll Du hast ein Glück Das ist mein Erbe Mein Erbe, Erbe, Erbe Aber ich mag kein Smartphone mehr, meine Mama hat mir genug gekauft Ey, Pater, seit gestern Ich heile mich jetzt Habe ich es irgendwie mit der Tür falsch zu machen Also von der falschen Seite zu machen Das ist so dumm Nochmal Heilung Ich habe keine Autoschlüssel gefunden Auch nicht im kleinen Haus? Nein Ich auch nicht Soll ich die Axt mitnehmen oder ist es intelligenter, wenn ich mir eine Rohrzange nehme? Beides geht Ja, aber ich habe nicht so viel Glück Ja, dann die Rohrzange Ist bei Fox genauso Da hält die Rohrzange am längsten Hm Oh, dieser Fenster Ich hol mir dann die Axt Du bist noch im mittleren Haus, ne? Oder im kleinen? Im kleinen Okay, alles klar Ich komme sofort Ach, das war nur das Smartphone Ah, hier ist Hier ist Gas Lauf jetzt ins kleine Haus Sehr schade Weil hier liegen die Autoschlüssel eigentlich sehr oft Hm Und es hat die aber irgendwie noch keiner, oder? Nö Ein Brunnen voller Freude Ich glaube, Jimmy ist, ähm, auf Ich komme mit ins Haus Ich will nicht sterben Das ist Jimmy Mhm, Jimmy ist dort Komm, wir helfen ihm Nee, nee, er ist tot, oder? Ja Holy Und wieder rein Besser die Fensterkletterin Klettering Taktik damals Kann sich keine Sau mehr vorstellen Nein Ah, siehst du, was er hatte? Mhm Okay Oh mein Gott Polizei oder Auto? Polizei oder Auto? Kann der mal bitte Komm, geh, geh, er holt sich sonst die Oh, Dani, lauf! Dani, lauf! Er holt sich sonst die Autoschlüssel Ich bin schneller als ihr Ich bin schneller als ihr Dani, nimm sie dir Wo sind sie? Dani, die mach ich dir nicht Ah, was? Lop Komm, komm, du zwei Schnell, 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 schnell Auf zu springen Tiffany, auf einander neben zu springen Jumpin' Jellybeans Komm, Dani Noch langsamer geht's nicht, Mädel Huch, da war eine schwebende Falle Äh, nee, Waffe Falle lag dann daneben Oh mein Gott, das Auto fährt sich komisch Oh nein Schaffst du Um die Kurve fahrs in the Furious Wir sind mit dem Auto entkommen Yes Da müsste der gute Jimmy ja wieder Ähm, als Killer Äh, als Killer Mh, mh Als Jarvis reinkommen Jarvis ist doch schon tot Was? Ja Ja, wie Aber den hab ich doch erst gerufen Ja, und der war ja da Was? Ja, und dann wo Der ist es kid mit der Polizei Näh Dein Ernst? Mhm Wow Pata? Ähm, er antwortet grad nicht Beziehungsweise kann grad nicht antworten Achso, ähm Äh, spielt er Friday? Ich bin grade offline Ein Dingensschloss Da 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 Ich hab ein Orbum von Barbie Yeah, yeah, yeah Ähm, er spielt mit, ja Soll ich ne neue Gruppe aufmachen oder? Ne, ich, äh, ich mach schon Dann geh ich kurz auf online Das ist kein Problem ich kann ihn auch einladen stimmt kannst du auch da ist pataratata meine lieben freunde schaut auch auf seinem kanal vorbei und sorry aber ich musste gerade was trinken weil mein hals sonst stirbt ich wollte nur sagen dass ich das kenne pata hast du dich schon wieder umbenannt bist du nicht mal mein bay ja alles gut ich meine höchsten wieder hat so ich verstehe dich gar nicht das ist gemein was denn nö der hört nicht auf mich wer denn na der mapmaster ach so du 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 ist auch okay ja so lang ist keine gegens das neue das christlich das neue pecken x maul meine lieben freunde egal das ist auch okay das ist auch okay man die ganze zeit kommt dieser barbie film mir so in den kopf dieses diamant schloss ja ich weiß nicht warum ich glaube bei sanja drüber mal gesprochen das musst du uns bald vorsingen ja ja genau barbie da nie mit einem rosa kleid ja und draußen rum und es ist verschneit oh mein gott ich im kleid ne hier scheint davonlaufen und dann bist du wieder total ausgestellig bei mir auch hat tiffany auch gesagt ja ja ich bin in dem haus mit 5000 millionen schubläden und wahrscheinlich wieder nur eine heilung wahrscheinlich ja ich bin bei camp hillbrook wo ich habe die batterie gefunden geil schon mal eine wichtige zutat für mein leben eine zutat für danis nein nein hat da was passiert vertailerror naja jetzt habe ich auch noch das falsche spiel gesteckt hast du das bei daylight angemacht ja hat er das später pata ist halt mit der zeit etwas durcheinander du hast dich halt echt noch umbenannt das war spaß ja wir ich würde sagen wir hängen dann einfach noch eine dritte runde ran ja weil pata verlassen hat und sein spiel gestreikt hat oh mein gott jason geh weg nicht echt unsexy von dir dass du schon hier wirst ja voll unsexy hast du gehört jason unsexy ja oh mein gott what happens oh mein gott oh mein gott messer und ne heilung ja bei so einem lagerfeuer ähnlichen dinge habe ich den tag gefunden fütze mein erbe mach ich oder ich verbrauch es weil ich dumm bin da nehmen wir zu gut erstmal noch looten vielleicht finde ich noch mal ein tommy tape mein letztes ich brauche noch eins ich habe halt zwei stücke gefunden heute ja ich finde gar keins mehr ne ich spiele das ja jeden tag friday und nicht nur eine stunde oder so sondern auch echt nachts ja und ich finde gar nichts ein messer oh mein gott der kinder ist voll hinter mir voll zu meinem knack ab ich habe halt noch ein messer gefunden hallo nimm's nimm's ich habe noch ein messer nimmst du mit ich habe einen guten deal für dich ich habe gar keine waffe ich weiß schon dass du mein auto schluss hast ich habe die geholt ist jason bei dir ja mädel lass mich rein danke jason du trollkönig warum hat meine 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 vanessa keine waffe mehr in der hand ich habe die doch gar nicht abgelegt er redet mit mir aber ich will dir nicht antworten nö tschüss ach rina ist ja auch in der körper rina rina ballerina das ist die man die tür zu macht wer tiffany ja tiffany hat keinen bock mehr also close the door close the door also ich habe dreimal haarspray hier in dem ein haus hi oh gott hast du mich gerade erschreckt dann nimm dir die schlüssel warte und dann nehme ich noch mal eine heilung ja liegen ja ein paar genug da ne mhm ich würde sagen wir sind ganz gut ausgestattet hi jimmy mit skimme hier raus durch die hintertür ganz still und heimlich ich werde hier hintertür naja hinten habe ich die ich habe es mir voll kompliziert gemacht und da fiel ja fiel dir jason entgegen mhm ich bin halt so umwerfend weißt du ja du hast ihn einfach umgehauen ja wir fangen spielen nein bitch get out the way ich hole mir die heilung die mir noch zusteht yeah ja die heilung ist weg ne da ist ein mensch hm hm ja ich glaube jimmy will ihn töten weil er haut mit der machete permanent auf ihn ein jimmy 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 joh la 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 scheißentreck was willst du hier also nicht du ich meine nicht meine killer ja ja ich weiß das ist jetzt voll falsch oh danke kein thema ist sie ihn einfach mal in den weg gestolpert es gab da noch eine kleine nessa nessa mit zu stress mit zu stress mit zu stress mit zu stress dicker ich schwör mit zu stress ich schwör auch dicker ja 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 ah gott schalalalalala ich hab immer noch ein ohrwurm von sie miche mir ich bin ja 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 aber wir können ihn echt töten eigentlich ja haben wir noch nie gemacht hm hm noch nie noch nie nein komm mir nur noch eine Waffe tschüss aber die Maske ist gar nicht so ja wir haben ihr habt beide Stärke 4 und ich hab nur Stärke 2 sehr gut thank you ich glaub er hasst uns bald er hasst uns aber so richtig ey hm boah ey ich bin voll tot jetzt boah freu dich boah nee freu eine Waffe dicker ich schwör so können wir mal bitte so voll irgendwo anders hingehen so mhm weil hier ist mir so ein bisschen zu arg voll wir sind halt hier im Ghetto haha ja ey ich schwör why won't you fucking die dammit just die ghetto um the block naja Tiffany bringt mir immer noch am meisten Glück von den ganzen denen ich mir jetzt gespielt hab ich bin mir ein Glücksbringer so ein bisschen wie Jenny from the block haben wir halt ghetto from the block oder um the block oder whatever so ein bisschen auf die Straße gehen zu anderen Häusern ha ich auch ein bisschen tanzen für den lieben ja sonst come on ja jetzt wird er sauer oh Achtung nicht dass das Auto hurra ich glaub die wollen uns überfahren das ist keine gute Idee ich glaub's auch ja nein jimmy oh mein gott was macht ihr jimmy red rein oh mein gott was ist hier los was ist hier los jimmy im Haus oh mein gott mein glück sind wir in diesem scheiß Haus alter warte aber das Auto ist frei komm lass uns fahren los beeil dich ich bin so ein Arsch ich weiß schon beeil dich kann ich einsteigen guck mal oh mein gott es schwebt da steigt mal schnell ein bin gleich wieder da ich bin schon da fahr bitte it worked it actually worked ähm du könntest ja eigentlich die Folge dann irgendwie das schwebende Auto oder so nennen ja ja ich glaub so nenne ich die auch irgendwie ja ja auf jeden Fall jimmy ist wieder da schön für jimmy lass ihn uns abholen jimmy wait we are coming with the four seater ich weiß noch nicht wo er ist ich weiß noch nicht wo er ist ich weiß noch nicht wo er ist der Hauptstraße ja gut perfekt ist ja gestartet ich seh das er geht zu meinem Auto ich bin jetzt auch we are on the way wo ist er da der kommt doch da schon rechts hä richtig der ist rechts am Toolhouse da wait uah steig rein ok jetzt kann er einsteigen oh shit it started time to get out of here ok sind wir alle? ein Platz ist noch frei ja aber ähm leben denn noch so viele? äh wir drei und zwei andere aber das heißt dann hol ich noch jemanden oder? we have one place in the car ich hole einfach noch jemanden weiter ja wenn sie wollen wenn sie wollen wenn sie wollen ähm hallo er ist hier er ist hier oder? ok und jetzt raus aus dem Jason Haus Samuel ship shimas labour la la probably la 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 du warst gerade unser Rat ja gg gg So, zweite Runde auch mit dem Outend. Komm, Dani. Ich glaube, heute hast du alles, was du willst, oder? Ja, ich bin richtig on fire. On fire. Warte. Dani is on fire. Sehr schön. Genau. Ja, ja. Huch, ich habe Tiffany... Ich habe Tiffany... ...voll nach unten geschaut. Ich wollte das nicht sehen. Dankeschön, liebe Spiel. Hast du einmal deine Maus rausgespricht? Ja, ich habe jetzt noch mal was getrunken, weil ich gerade wieder auf dem besten Wege bin, krank zu werden, so wie viele andere. Oh ja, boah, heute habe ich nur kranke Kinder gepasst. Also nichts gegen die Kinder, aber... Ja, ich weiß was von mir. Ich weiß es. Bam, bam. Bam, 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 bam. Hm. Ah. Tiffany, what are you doing? Ich will es. Tiffany. Ich hab da grad Danny is da gelesen. Danny is da! Wie heißt? Irgendwie anders. Irgendwie anders. Ich hab da so blöd den Namen zu lesen. Du hast nicht ewig Ausdauer. Yes. Jetzt hast du wieder ewig Ausdauer. Yes. Oh nein, kleine Tiffany. Tschüss. Okay, sie wird geknuddelt. Die bekommt ganz viel Umarmungen und so. Mhm. Bis zum Tod. Jetzt wird pataratata eingeladen. Und wir hoffen, sein Internet stürzt nicht ab. Ja. Ne, war ja nicht so ein Internet, das war das Spiel. Stimmt, das war ja das Spiel an sich, ja. Fatal Error in den passendsten Momenten. Immer. Ich hab ja auch Angst. Ich hab ja auch Angst, wenn ich immer streame. Gestern ist mir das passiert, dass wir das Spiel abschmieren. Ja, kenn ich. Hatte ich schwarzen Bildschirm für kurzzeitig. Tut mir leid. Kann aber nichts dafür. Oh. Ja, das kenn ich. Zu gut. Darfst, äh, damit der Patta einen Namen. Wo? Ja, wo ist mein Bae? Ah, der ist unter D. Das ist voll ungewohnt. Wo ist mein Bae? Der ist unter D, unter D. Yay, yay. Nessa mutiert zur Rapperin. Nein, Spaß. Zur Adidas Chantal Rapperin. Ja, klar. Wer ist denn der Mapmaster? Es ist Nessa. Es ist Nessa. Wie immer. Ja, fast immer. Ja, ja, ja. Na, bei Katja und John war ich auch die ganze Zeit Mapmaster. Immer. Wie immer. Immer. Ich bin da auch immer Mapmaster. Ich so, irgendjemand eine Wunsch-Map. Das war das Wort des Tages. Oh. 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 Weil ich nur noch der Einzige war, der auf Rainy klicken sollte. Oh. Rina. Oh, Rina kommt zu uns. Okay. Rina ist wieder gegangen. Bye, bye. Bye, bye, Rina. Have a great day. Rina, accept your karma. How old are you guys here? Bye, bye. Bye. Bei mir stimmt's ja. Bye, bye. Bye, bye. Ich könnte das tun. Das ist so genial. Meine Mami hat mich schön. Oh, deine Mami. Ja, Mami. Oh, der sperrt Jason. Oh Mann, das ist Jimmy. Oh no, Jimmy, 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 Jimmy. Du sollst kein Jason sein. I could find the others. Wanna make a new? Oh, so beim Harpthaus ist das zweier Auto, ja? Ne, ist es Mini-Creeper. Echt? Oh, geil. Dankeschön. Das ist nicht Jimmy. Ich schau mir erstmal voll die Haarspray. Vor ihm war Brian die ganze Zeit Killer. Und Sacha. Autoschlüssel. Wenn das nicht Karma ist. Das mit den Autoschlüsseln oder das, die mal Killer geworden sind? Beides. Achso. Warum hat er die eine Schupper nicht aufgemacht? So, das war eine Map. Der geht jetzt, glaube ich, oben looten. Das heißt, kann ich mir jetzt auch sparen nach oben. Mhm. Oh, unser Killer. Hi. Pata, wo bist du gestartet? Ähm. Bitch, bitch. Bitch, gut, gut. Oko, oko. Wann ist denn? Ich, so. Das Problem ist, die Leute machen das Fenster, beziehungsweise die Fenster im Kampfhaus nie auf. Und das sind die wichtigsten Fenster. Tommy wird gerufen. Von Dan. Anyone out there? Anyone out there? You have to come to Camp Crystal Lake. Bring a gun. Ja, Crystal Lake, ja. Crystal Lake, genau so. Oh. Oh. Ich hab nichts außer Heilung und er hat die Battery. Oh, mein Bey, hi. Hallo. Oh. Ich hab jetzt, ich hab jetzt ein Handy. Hallo. Ich ah, nein, ich nicht. Ich ah, ich nicht. Sehr gut, Nessa, sehr gut. What's on my telephone? Jetzt hab ich davon ein Album. Telefonschreffenschläger. Was ist hier eigentlich los? Party im Kampfhaus, oder was? Was hat die denn für einen geilen Obertern? Wer? Oh mein Gott. Diese Deborah hier. Oh mein Gott, warte, ich muss das sehen. Ja, stimmt. Das ist so geil. Oh mein Gott. Warte. Das ist blau. Ich komm zu euch. Da, diese Deborah. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ich will das Oberteil. Oh nein. Das ist richtig geil. Und ich will das Oberteil-Patter. Die gibt mir die Sachen für Tiffany. Oh nein. Ja, das ist aber echt cool. Alle raus. Alle raus. Ich weiß nicht, ob ich das auch habe. Das ist richtig geil. Ja, oder ist das gecheatet? Ja, bitte. Dann will ich den Cheat aber auch haben. Ja, wenn wir alle jetzt cheaten, ja? Klamotten shoppen bei Friday the 13. Ist da schon gelootet? Uh. Ja, da war ich drin, wo du gerade hinläufst. Okay. Ich musste leider auch gerade aufstoßen. Ich hoffe, man hat sich gehört. Also immer mal beim Aufnehmen. Furchtbar. Ja. Weil ich Cola getrunken habe. Weil ich Cola getrunken habe. Weil ich Cola getrunken habe. Ja, diesen Pulli. Krieg ich bitte diesen Pulli. Der ist so geiler. Ja, der ist mega schön. Ich stehe hier einfach mit meiner Tasche. Lass die coolen Pullien holen. Creepy. Wenn ich den Pulli auch habe, dann spiele ich für immer Deborah. Was ist mit Jenny? Egal. Nett. Nein, Spaß. Tata. Sollte ich jemals die Sachen haben für Tiffany, die du auch hast. Ich werde nur noch Tiffany spielen. Ist mir egal, wie stro-dumm das Vibe ist. Ich werde noch Tiffany spielen. Kann man mit euch Party machen. Da ist nur eine Map, Dani. Da ist eine Karte drin. Mhm. Falls niemand will. Was willst du denn jetzt, ey? Alle schlagen ein mit dem Badeanzug, im Jogginganzug. Aber der kriegt echt böse hier. Wie das aussieht, als ob wir Jason einsperren am Bücherregal. Du musst Bücher lesen. Hi. Voll in den Kamin. Oh nein. Nein. Autsch. Aber wir waren auch produktiv in den letzten, ähm, zwei Runden. Also... Öh. Das Haus ist definitiv zu klein für die tausend Millionen Menschen. Ich will den Sessel nicht schlagen, ich will dich schlagen. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö du weißt genau ich spiel halt auch mal aufs auto auf killen je nachdem ich gehe jetzt nur raus haus ist bei bertridge ladies power und so ja er muss noch von uns sterben ja das stimmt warte so war das nicht gemeint pata pata was machst du mein bist du tot ach nee warte erst du lebst noch oh mein gott das ist mein herz so fang sterben ist echt so er kommt gewuscht oh nö du bist doof jason aber einer von uns muss sterben also das ich hol den pulli tschüss jaja geh ruhig der soll sich auf mich konzentrieren nicht auf dich ich hol mir den pulli tschüss danni tschüss ich hab fast keine ausdauer mehr ach das ist ja pata immer diesen namen ja ja pata und ich sind auf ewig verbunden ja ja ich will auch grad sterben bei mir liegt heilung ich hatte nochmal heilung dabei nehmt euch die weil er schlägt auch manchmal und sagen oh my god what happened sorry alles gut hi jimmy let's try to kill jason die geister die geister oh scheiße trägt das ich sogar noch durchgekommen so jetzt hol ich mir hol dir das gute gold stück ich bin tommy aha warte mal kurz ich muss oh ja als ob ich jetzt da noch reingestiegen bin okay meine lieben ich bin tommy javis okay javis wirst du ja ich bin ganz am anderen ende weil ich halte mich jetzt im hintergrund ja genau ich komm jetzt ich gucke halt immer wo jason ist der ist bei seiner hütte ne äh nein er ist bei ich schätze mal mit bitch bitch da aber auch die ganzen anderen leute versammelt sind ja da ist auch seine hütte ja und ich such gerade ich hab ne tiffany gehört bey huch dankeschön nein oh mein gott das ist ein killer hergebracht okay halte durch ich such ne axt oder mach hete ich hab ne axt ich hab ne axt okay gut dann hätte ich ihn auch oder was ist die neu die axt ja ja die ist vom haus ah perfekt dann komm ich jetzt frisch vom haus frisch vom haus vom metzger nein spaß ich komm jetzt ich bin jetzt am haupthaus mhm also wenn ihr mir entgegenlaufen könnt könnt ihr das gerne tun lauf mir pata wo man da wo geht oh mein gott ja das ist echt schön meiner gell ich weiß dass meiner voll schön ist ich bin jetzt am kampfhaus mhm pata und ich komm pass auf er wuscht da ist meine leiche natürlich will er mich natürlich will er mich ouch geh weg ich bra- ähm hier ich hab aber keine ich hab keine stun waffe ich hab eine ja ja die axt liegt hier ja soll ich ihn hitten oder hitte äh ich hitte ihn okay gut krieg ich seine waffe Achtung Achtung setz ihn ein setz ihn ein ich kann nicht hitten bitte ich mach nein jetzt geht's nicht mehr scheiße weil wir zusammen leider drauf geschlagen haben auto ready zwei autos wenigstens red ich hab keine waffe ich hab keine waffe scheiße ich hab keine waffe aber das ist auch erst seit dem neuen update neu oh mir wird A aber immer noch angezeigt dass ich ähm drücken kann hm scheiße ihr müsst entkommen ja das vierer braucht noch Gas aber ah wo ist es vielleicht oben vielleicht oben bei den häusern oder im haupthaus oben ne oben war ich doch mit dir da hatte ich ja Gas gefunden aber das haben die leute ins zweier eingefüllt anscheinend dann geh ich jetzt ins haupthaus und such darum ach ja ein Pasta äh ein Pasta ein Pasta Jace okay ja ne das ist aber seit dem neuen update anders da damals konntest du den schon zweimal hitten und da ist nix passiert ja das haben die erst geändert ne und keiner kriegt so Bescheid und alle wundern sich okay im haupthaus nichts oh ich glitsche glitsch glitsch äh 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 warte äh bring's ihm rein äh ja bring's ihm rein und schließt's ab was genau heilung weil der eine schwer verletzt ist äh äh warte äh okay sie hat mhm dann könnt ihr wieder rauskommen da äh Daniel wollte ich schon sagen Padda der Arzt und so nicht mein Auto nicht mein Auto raufig zu stun Daniel du hast die Car Keys oder? ne natürlich warum frage ich eigentlich und warum renne ich gegen ne Wand ja das ist es halt man muss halt jetzt echt immer so ausmachen ja wer hittet ihn und ja er ist beim Auto da hat schon wieder das Auto gestoppt boah sind die schlecht mir passiert natürlich sowas nie du bist halt Auto Master ja? ja klar immer ich hab da nur ein DA gelesen gar nicht so ne du darf nicht tot sein aber er heißt Dan deswegen passt das schon der Dan darf schon tot sein oh Dan ist weg mhm tschüss Dan Dan Serena und so ja dein Freund ist einfach abgehauen der mit dem Kunoberteil ja voll schade ich guck gleich ob ich den auch habe ich auch Gas wo versteckst du dich? komm her wir suchen dich komm zu Tiffy komm ok hier ist es auch nicht immer das Gas ne immer das Gas das fehlt warst du im Haupthaus Dani? ja da ist es ja da ist es da ist es nicht hm wie wo war's weiß obi wie wo war's da sind so viele Dinge noch nicht gelootet worden so ich hab die Fuse oh ähm sehr gut dann können wir die ja direkt machen bei Camp Hillbrook wo ist ein wo ist ein Camp Hillbrook ist die ja im Schießhaus hm hä wo ist ein Camp Hillbrook ich glaub schon ich glaub schon gibt's kein Camp Hillbrook jemand hat das Gas jemand hat das Gas und Pat das Internet ist gecrasht nein da spielst du ja mit Tebora ne oder bist du gestorben? ja bin ich ach so ok ja dann können wir es ja noch verschulden Daniel ich hab das nicht was ja ähm jemand füllt das Gas ins Vierer das Auto ist fertig nein Jason geh weg jetzt noch nicht ah toll ich hab das nicht ich hab blind geschossen mein Gott äh ich will's auch haben er hat's gehackt das muss die Erklärung sein hm Nessa wo bist du ich bin im Kampfhaus hat fast keine Ausnahme mehr beim Vierer Auto ich bin gleich tot wenn's so weiter geht ich komm jetzt unten am Wasser hm der kommt zu mir ich hab nen Topf ich komm jetzt auch mit einem Topf? ja Achtung soo du gehst jetzt runter zum Auto lauf geht schlecht geh geh du musst mitkommen weil ich hab nicht genügend Zeit um das Auto sonst wuscht er oh mein Gott ich stecke zwischen Steinen fest hm meine Ausdauer lässt auch nach geh ins Auto der ist noch hier oben Achtung 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 er wuscht er wuscht er wuscht ich hab keine Ausdauer mehr oh mein Gott ich bin tot egal nein gib mir meinen Topf wir kriegen das hin we can do this we can do this ich hoffe es we can do this we can do this we can do this ja komm her komm her komm her ich komm dann gleich ja ja alles gut ich bin gleich da erwuscht ja ja ich bin weg ich bin nicht auf der Straße oh 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 das ist ok ich brauch kurz 5 Jahre weil ich muss ekelhaft das war eine gute Aussage ich brauch kurz 5 Jahre ja fährst du da jetzt hoch dann geh ich oben in dem in in ahhhh oh oh e h oh ja ich bin nämlich jetzt oben beim Haupthaus mhm 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 ich werd versuchen wow zur Hauptstraße zu gehen aber ne da bist du ja schon aber auch Chase kommt mhm und der warte kurz ahhh hinter dir her ja bin hier ja 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 der geht aber in Kampfhaltung warte ich kann nicht einsteigen das war da wahrscheinlich jetzt okay oh come on hallo auto wie das auto einfach wegkährt ne es ist echt Harry Potter like heute übel so äh und jetzt was ich hab keine Waffe nein tschüss nein tschüss nein aber ich kann nicht fahren fahr 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 steig ein und fahr ich hab extra langen Kills oh mein Gott fahr nein nicht hupen ja ich kann es geht nicht er steigt er ist sehr schwer ich kann nur nach hinten fahren ich schwör auf alles er ist nur nach hinten gefahren ich hab alles gedrückt und es ging nicht fahr 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 oh mein Gott du meinst ernst ich wär echt gerne mal gefahren jetzt bin ich tot am rufen verreckt ja so könnte man es auch sagen ne aber ehrlich es ging echt nicht nach hinten äh nur nach hinten aha jetzt fliege ich auch noch so eiskalt in die Luft so meine lieben Freunde ich würde aber sagen wir beenden jetzt das Video schaut auf jeden Fall bei Pata und der Live-Me-Gang vorbei und natürlich verlinke ich euch auch den Kanal von unseren guten Daniel Ratatata ähm ja in die Infobox auf jeden Fall und ich freue mich auf 9 Uhr oder ja auf Live-Me-Heute-Abend mit euch und sage äh bis dahin Boi, boi, senoritas, monaritas. Bye, bye. Tschüss.